Was zum Geier? Nein! Du hast dich verliebt gelassen! Junge! Nur auf der nackten Haut geblickt! Ist das bitter, ey! Ja! War schön mal vergessen, aus dem Weg zu fliegen, ey! Oh Gott, ne! Einfach weggeholt, ey! Nein! 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 Okay, Junge! Ab nach oben mit dir! Äh... Okay... So lange ich groß bin, bin ich auch unverwundbar! Ich bin der dicke Penis, den du verwolltest! Ja, ich schieß doch, Mann! Stirb! Wie, deine Bomben auf einmal immer auf seinen Sack gehen, ey! Der hat so einen riesigen Sack da! Nein! Oh, fuck, ey! Der war doch so gut wie tot, ey! Der hat echt so einen riesigen Sack da unten! Der hat echt so einen riesigen Sack da unten! So jetzt, ich bleib oben! Der hat sich diesmal gar nicht in eine Frau verwandelt! Der hat sich diesmal gar nicht in eine Frau verwandelt! Welcher? Seinen Sack, oder was meinst du? Komm, stirb! Boah, wie kann ich dem ausweichen? Äh, ja! Nice, nice, nice! Komm, einer noch! Ja! Boah! Warum hat er sich jetzt nicht in eine Frau verwandelt? Alter, leg dich nicht mit Männern mit dicken Eiern an! Das geht nie gut, ey! Nee! Okay! Hahaha! Was ist so ein Seufel? Oh, ey! Sind das fliegende Tampons? Keine Ahnung mehr! Oh, die lieb ich Elfen! Hau ab! Mach's der Zimmer! Boah! Das hört sich irgendwie an wie Dragon Ball Musik! Oh, shit! Boah! Boah! Alter! Ich wollte grad sagen, ich hab verpennt da durchzufliegen! Verpiss dich doch gar! Nein! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Was, was erlauben Stolz? Ja, ja, genau reingeflogen! Das erlauben Stolz! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Weißt du auch nicht mehr, wohin, ey! Oh, Mann! Oh, Mann! um die Wand geflogen, ey. Wenn das der einfachste Schwierigkeitsplatz ist, dann weiß ich nicht, was der Schwerste sein wird. Äh, Hölle. Standard Korschen. Oh Mann ey, was guck ich auf den Bullshit da, ey. Okay, wir spawnen anscheinend, wir sind dahinter gespawnt. Aber zumindest ein Checkfallbereich, ja. Äh, wo soll ich hier durch? Ich glaub, da musst du dich durchschießen, oder? Ne, ja, die fressen die Dinger. Ne, du... Ah, okay, okay, okay. Äh, ich blick hier grad nicht mehr, wo die hinfliegen. Ja. Ja, genau, hm, hm, hm. Ich hab zwar überhaupt nichts mehr gesehen, bin überhaupt nicht mehr klar. Komm, aber war voll noch nicht. Ja, ja, auf jeden Fall viele Power-Ups. Ich hab aber auch alle Geschenke gekriegt. Nein, warum flieh ich denn so fort weiterhin? Und alle, ey. Mann ey. War wieder zu gierig gewesen. Wie seid ihr denn da? Dazu gibts hier wenigstens ne Menge. Mit dem man ein bisschen was retten kann, ey. Das ist ja deine, deine Gier, wo? Boah! Was war das? Alter, was... Nee. Diese ganzen erfickten Mario-Piranha-Pflanzen, ey. Irgendwas explodiert hier doch gleich wieder hin. Wuhig. Boah! Das war der Scheiß, ey, ey. Alter. Wohin? Wohin genau? Was ist das? Atomexplosion? Äh. Äh, 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 äh. Mir geht irgendwie der Platz aus. Ähm, 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 ähm. Ich glaub, der hättest nach unten gewusst, oder? Ich... Weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, aber wir... Sind beim Boss. Ob da so beim Boss gelandet heute? Äh, mir geht grad schlecht. Äh, Bonbons? Mann, das ist der Sound von dem ersten Gradius Boss. Ja. Woll ich grade sagen. Als ich gestorben bin. Äh. Woll. Woll doch, ey. Woll doch, ey. Woll dann. Erstmal Speed. Oh Gott, die sch... schießen auch noch die Wichser, halt, Mann. Ah,ja, nein, nein. Boah, du kriegst halt gar nichts vor, Eric. Boah, ey. Ich muss aber mal eben dramatisch pinkeln gehen, dann können wir weitermachen. Keine Aufnahme ohne Pinke-Pauke. Ja, ich nehme mal Ivan. Ivan Drago. Also müssen wir wahrscheinlich die ganze Stage von vorne machen, ne? Nee? Oh, cool. Ivan der Schreckliche. Ja, zumindest gut, dass wir die Stage nicht von vorne machen müssen. Das ist gut für meine Nerven. Ja, das ist gut. Ja, wir haben eine Mission. Mission incomplete, aber hey. Wer will jetzt einfach übel? Äh... Okay, Emergency. Äh, ja, wir fangen gleich mal an mit dem Bosskampf. Das ist... Ein Bosskampf, der uns mit Power-Ups zuballert. Das ist ein netter Bosskampf. Das ist ein netter Bosskampf. Der hat mich mit Power-Ups zugeballert. Okay. Und, äh... Und, äh... Onkel Sam ist der Nächste. Hallöchen! Klingelingeling. 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 Sind das Onkel Sam mit dem pH? Ja? Ja? Du sag doch jetzt sowas nicht, ey. Klingelingeling. Klingelingeling. Ja? Nein, Hörchen! Hör, Hör! Hör, Hör, Hör! Ba-hey! Oh Gott! Oh Gott! Hör, Hör-hör... Äh, halt dieses Musik dabei?! Nein! Ohne... Fuck. Ihr los? Äh, ja. Irgendwie hatte ich wohl nur einen Versuch. Anscheinend, oder? Okay. Lesbisch. Ja, die letzte Mission ist anscheinend in Aladin, in Agrabah. Vielleicht war das ein Bonus-Pass? Keine Ahnung. Ja, oder vielleicht sind wir gerade auf dem Weg zum schlechtesten Ende oder keine Ahnung was. Alter Mann. Ja, geil. Und wieder so viel Scheiße aufgezogen. Warum läuft der Octopus mit dem Sack da weg? Man gibt mir nochmal den Boss von gerade eben, der mich mit Power-Ups zugeballert hat. Du kriegst nach dem Tod die Zeit gar nicht mehr gut geschrieben. Ja, das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Oh Mann. Und das geht jetzt. Nö. Ja, mal sehen, ob wir vor dem Ende der Zeit den Anfang dieses Levels sehen werden. Wuäh. Wöhöööö. Wöhöööö. Boah, Alter. Fahre weiter. Boah. Fuck. vom Elefanten-Überrande. Diese dämlichen Spritzen, das sind echt die nervigsten Feaker, weil die die ganze Zeit auf einen zufliegen. Alarm? Ah ja, unsere Zeit. Was soll ich tun? Ich hab keine Ahnung. Ich bin total überfordert mit dem Bildschirm. Boah, wir gewinnen Zeit. Wir kommen im Mega-Happy-Funland. Fällt mir da jetzt nur zu ein. Das ist doch mindestens ein Checkpoint wert. Warum machen die Finguine eine Kissenschlacht? Oh, fuck, ey. Oh, fuck, ey. Die Bumse... Mann, welche waren denn jetzt die Gegner, die uns Zeit wiedergeben? Ich hab keine Ahnung, ey. Oh, diese scheiß Bienen, ey. Engelte! Eh, shoot! Shoot, shoot, shoot! Ich find's ja eigentlich erstmal dufte lieber die ganzen Bienenwaben-Dinger kaputt zu machen. Oh Gott! Oh Gott! Alter! Oh die Zeit läuft ab! Da ihm, da ihm! Vielleicht musst du diese Zeit auch einfach nur durchhalten. Vielleicht. Vielleicht. Ja ich schließe! Oh Gott! Äh, Time Over. Ich glaube das ist nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht was das Spiel von dir wollte, aber... Äh, wahrscheinlich sollten wir die Ladies kriegen und nicht der Oktopus. Aber der Oktopus ist damit wahrscheinlich auch zufrieden. Ja, aber hey wir haben die Credits erreicht! Credits heißt fertig! Credits heißt, dieses Spiel ist kein Abspacken, das ist ein Walkthrough. Ja, ich schätze mal, das ist so das schlechteste Ende, was wir hier erreicht haben. Ich denke wohl, ja. Ich denke wohl! Ohhhh! Ohhhh! Officer am Boden! Hahahaha! Armer Mr. G mit Watsch! Hahahaha! 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 Aber er hat noch seinen Rechenschieber und freut sich! Hahahaha! Solang der Buchhalter lächeln kann, ist alles in Ordnung! Hahahaha! 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 Oh, ja! Ich war bei erster Seite! Ja, wir sind zwei da! Hahahaha! Hahahaha! Guck! Guck! Hahahaha! Guck! Wir sind zwei da! Es ist das erste Mal, dass wir ihn abspacken, nee, Thomas, der Tank Engine haben wir durchgespielt. Ja, richtig, richtig, ja. Aber das war auch hart. Also, da muss ich auch ganz klar sagen, das war ein Meilenstein meines Lebens. Das war, das war eisenharter Arbeit, ey. Ja, also für mich jeder kann Birdie-Raisen, ja. Nee, oder das Sliding-Puzzle-Shoppen. Das hat uns alles abverlangt. Ja, da fehlt eigentlich noch, where is Waldo? Ey, machen wir. Kein Thema. Ich meine, ich habe damals noch schwer 10 Minuten gebraucht. Dann bauen wir zusammen 20. Tja, wie die dem armen Oktopus einfach nicht die Girls gönnen, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir für heute aus diesem Spiel raus. Wir haben es beendet. Ich habe es beendet. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwas ist passiert. Durch ist durch, ja. Das sind beim Abi auch immer. Genauso wie bei den Frikarellen. Warte, fertig, jetzt ist fertig und komm noch auf den Tisch, wir sind nicht gemozert. Aber zumindest können wir ein Level sehen, was wir noch nicht gesehen haben in der Demo. Also so schnell bin ich nicht gestorben. Außerdem sind die zu zweit. Die sterben ja nur. Weil der Vorteil ist ja, wenn du zu zweit spielst, dass du kannst deine verlorenen Powerups wieder einsammeln, weil das Spiel nicht zu einem Checkpoint geht. Ja, aber du musst auch am Anfang erst mal die Powerups teilen. Das ist natürlich auch nicht so smart. Ja, das ist immer der Nachteil. Da kann jeder immer nur zwei Options kriegen. Oder halt einer drei und der andere einen oder einer vier und der andere gar keiner. Richtig, ja. Ich glaube, ich würde mich einfach nur hinter dich parken und nichts tun. Ja, so oder so ähnlich. So oder so ähnlich. Holka Season raus. So, Freunde, bevor ich jetzt noch einen Koller kriege von diesem Spiel. Ja. Verabschieden. Tentacle Rape. Jetzt sind wir raus für heute. Und ja, tschüss bis zum nächsten Mal. Keep Gaming. Abonniert mich auf Twitter. Abonniert mich auf Instagram.